Hi Fresh Fleischer! Willkommen bei Funny Fooding, der schnellsten Frischküche der Welt. Und ich habe es gestern versprochen, das wird auch nicht gebrochen, wir kochen was aus der Westschweiz-Sauci-Sauci-Sauci-Sauci in einem speziellen Sößchen. Im Originalrezept habe ich nur gelesen, Lauch, Karotten, Kartoffeln und liebe Westschweizer, ich erlaube mir ein bisschen Zwiebel dazuzugeben. Let's Fetz! Wenn sich jetzt jemand irgendwie vom Essen beobachtet fühlt, das sind Nachwirkungen von gestern. Von die Wurst in daumendicke Scheiben. Immer schauen, dass es gerecht bleibt. Lauch in Ringe, da gibt es, glaube ich, noch keine Maschine. Also die Arbeit, Leute, müsst ihr euch machen. Und jetzt kommt Genius zum Einsatz. Runde 1 für... Wir füllen mal die Schale ab. Karotte hinein, Lauch drauf. Hier würde ich jetzt schon mal die Wurst reinlegen, damit sie in der Mitte schön mitdünstet. Und es fehlt, es fehlt der Zwiebel. Gut geshackt und drauf, en duterte. Zwei Mal vorbereitet. Saisons aus Neuchâtel. Bei uns ganz schnell in 6 Minuten bei 800 Watt in die schnelle Welle. Hinein und zerfein. Der Uppschön. Steamy in offener Position. Ja und wie gesagt, dieses Mua für 6 Minuten bei 800 Watt und los geht's. Fertig. Sechs Minuten später. Steamy abziehen. Dann vorsichtig entweichen lassen. Hi, Render Friends, Chipper oder Küchenhandschuh. Raus bist du. Wir machen den ultimativen Doppeltest. Haha. Und es wird angerichtet. Leute, wenn euch das gefällt, Daumen nach oben. Funny Fooding auf YouTube oder unserer Webseite. Abonnieren dabei sein, wenn es heißt von Road2Go in 3 bis 6 Minuten mit Steamy Woll and Friends und immer mit Full Taste, No Waste. Man sieht sich und guten Appetit. Tschüss.